So, wir werden jetzt mal hier schön auf dem Hockenheimring fahren. Das war mit einem Audi R18 TTI. Er hat gut Leistung und ich denke mal wir werden mal E&B Runden hier fahren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Ich habe schon mal ein paar Kälte aus. Ja. Ich glaube, dass ich noch mal ein paar Kälte ausküren. Na, ich schaffe mal. Wird das eingestellt auf echtes Wetter, da ist das Wetter fein als echt wieder. Ah, fängt doch schon mal gut an. Ah, zieh'n Puder, schmeier's gut. Wir müssen jetzt mal die Reifen gewarmieren. Bin die Reifen noch so kalt? Oh, no, ja, sieh mir. Ja, schöner Effekt da. Oh, der ist langsam dunkel. Ähm... Wenn wir hier mal... Ey, Entspüren schon. Ah, 270. Ah, fast 82. Ah, hier. Blendet schon. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Mal hier die Sichtern an. die hellmann sich die ist aber noch sehr bedürftig das sieht doch schick aus wo die ersten ring drauf fallen es wird wieder spiegel glatt es wird aus also eine endgame sehen wir mal eine box rein Oh mein Gott. Na, mit Gewitter. so wie in echten ja, fangen wir mal ran hier naja, jetzt ist noch ein bisschen bucky, aber es läuft ja, würde ich sagen machen wir hier Stop und wir können schon mal die Spannsarbeit nächstes mal kommt rot rein, bis dann jo jo